Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Maschia, unser Herr und unser Elohim. Amen. So, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. Wie ich das immer sage, in der Stunde der Wahrheit geht es um Joshua Maschia, unser Herr, unser Elohim, unser Gott. Und es geht um die Wahrheit aus der Bibel. Halleluja. Das Wort des Herrn. So, ich wollte weiter mit unserer Serie über falsche Lehre, aber der Herr, also ich lasse mich einfach führen. Wir werden das nächste Mal weiter besprechen. Es wird bestimmt, dass eine Lehre kommen. Wir lassen uns also immer leiten. Halleluja. Weil der Geist des Herrn, also der Geist des Herrn uns also anders führen kann. Und ich will nicht, also ich bin kein Theologe. Ich bin nicht also jemand, der, wie sagt man das, also der so einen Plan hat und bleibt also auf dem Plan und versucht es also so genau so zu machen. Nein, wenn der Herr, wenn unser Joshua Maschia uns also anders führt, dann machen wir das. Halleluja. Also heute habe ich also ein anderes Thema. Ich möchte uns also alle, alle, alle ermutigen im Namen des Herrn Joshua Maschia. Alle ermutigen, das Wort, das Evangelium weiter zu verbreiten. Halleluja. 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 Joshua Maschia. Ich danke dir, Herr. Ich danke für dein Wort. Danke für diese Gnade, Herr. Danke, dass ich dein Wort weiter verkündigen darf. Halleluja. Du bist mein Herr. Du bist mein Elohim. Danke, Joshua Maschia, für alles, was du in unserem Leben tust. Amen. So, das Evangelium. Paulus sagt also in Römer Kapitel 1, also dass er sich nicht, er schämt sich nicht, also für das Evangelium. Ich schäme mich auch nicht, das Evangelium weiter zu verkündigen. Halleluja. Ich schäme mich nicht. Ich möchte also, dass die ganze Welt, die ganze Nationen, alle Nationen von Joshua Maschia erfahren. Halleluja. Wisst ihr was? Ich erinnere mich, also ich war auf Mission in einem Land und dort könnte man also das Evangelium auf Französisch, also Französisch ist meine erste Sprache, könnte das also dort verkündigen, gab es also, es war so schöne Mission und dann war ich in einem Ort, also wo die Leute nur Englisch gesprochen hatten und dort musste ich also auf Englisch das Evangelium weitergeben und ich konnte das, ich hatte das gemacht. Halleluja. Und die Leute hatten also von Joshua Maschia erfahren. Halleluja. Und ich bin hier in Deutschland, mir ist das egal, ob ich so ein paar Fehler, ob mein Akzent, also klingt, also so komisch oder ob Grammatik nicht richtig ist, ob Akkusativ oder Dativ nicht richtig, keine Ahnung, Artikel fällen oder so. Also ich schäme mich nicht für das Evangelium, diese Sprachgrenze oder keine Ahnung, die werden uns nicht aufhalten, also das Evangelium weiter zu predigen. Ob Menschen es nicht hören wollen, ob die Menschen sauer sind, ob sie das nicht wollen, die Wahrheit ist die Wahrheit. Halleluja. Gehen wir mal also direkt in der Bibel. Halleluja. In Römer Kapitel 1. Also ich sage immer, ich versuche die Sachen direkt aus der Bibel. Direkt aus der Bibel zu geben. Halleluja. Im Römer Kapitel 1. Römer Kapitel 1. Wir sind gerade, also das ist das Buch, also die Übersetzung Luther. Römer Kapitel 1, Vers 16. Sagt also Paulus hier. Macht das größer. Halleluja. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Halleluja. Nichts. Nichts. Ich schäme mich überhaupt nicht, das Evangelium weiter zu predigen. Denn es ist eine Kraft Gottes. Halleluja. Die selig macht. Alle, die glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Also das Evangelium macht selig. Halleluja. Alle, die glauben. Alle, die an Joshua Mashiach glauben. Die zentrale Persönlichkeit von dem Evangelium ist Joshua Mashiach. Was bedeutet Evangelium? Evangelium ist die Feuerbotschaft. Halleluja. Feuerbotschaft, also dass unser Herr Joshua Mashiach für unsere Sünde gestorben ist und auch verstanden ist für unser Heil. Halleluja. Damit wir gerettet werden. Damit wir ewiges Leben bekommen. Halleluja. Liebe Geschwister, das ist Gottes Kraft. Das Evangelium ist eine Kraft. Wieso wollen wir das Evangelium nur für uns, diese frohe Botschaft nur für uns behalten? Wir müssen, wir dürfen das also weiter verbreiten. Halleluja. Joshua Mashiach hat uns also diesen Befehl gegeben, das Evangelium zu predigen. Predigen das Evangelium ist nicht nur für bestimmte Leute, für Pastoren, für Bischöfe, für Pfarrer oder für Priester. Nein. Das Evangelium betrifft alle Kinder des Herrn. Alle Kinder des Herrn. Alle, die Joshua Mashiach bekommen haben. Alle, die Jünger von Joshua Mashiach geworden sind, sind berufen, das Evangelium weiter zu verbreiten. Halleluja. 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 Das können wir. Das können wir also in Matthäus Kapitel 28. Matthäus Kapitel 28. Ich nehme also eine andere Übersetzung. Halleluja. Halleluja. Oh, Joshua Mashiach. Bist wunderbar. Halleluja. Also in Matthäus Kapitel 28 Vers 19. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Also Joshua Mashiach schickt uns. Wir sollen alle Nationen, alle Menschen das Evangelium, die frohe Botschaft verbreiten. Halleluja. Und da steht, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Joshua Mashiach ist mit uns. Er schickt uns. Er sagt, geh in die Nationen und predigt das Evangelium. Predigt. Predigt. Gib diese frohe Botschaft. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist diese Botschaft, dass Joshua Mashiach ein Kreuz für uns gegangen ist. Für unsere Sünde. Das Evangelium sagt, dass Joshua für uns gestorben ist. Das Evangelium ist die frohe Botschaft und sagt, dass Joshua auferstanden ist. Wir sind gerettet durch den Glauben an Joshua Mashiach. Das Evangelium sagt uns, dass wir richtige, wahre Friede bekommen. Nicht Friede wie diese Welt. Nicht Friede, was diese Welt also sagt. In dieser Welt Friede bedeutet, wenn ich Geld habe, dann bekomme ich Friede. Wenn ich also etwas erreicht habe, irgendwas auf dieser Welt erreicht habe, dann habe ich Friede. Nein. Friede. Richtige, echte Friede kommt von Joshua Mashiach. Joshua Mashiach gibt Friede. Er sagt, ich gebe euch Friede. Nicht wie diese Welt. Aber Friede von mir. Das kommt vom Himmel. Das Reich des Himmels. Joshua Mashiach sagte, er verkündigt das Reich des Himmels. Er sagte, das Reich ist da. Das Reich des Himmels ist da. Was Joshua Mashiach gibt, es ist die Rettung. Das Heil. Joshua Mashiach. Wie sagt man das? Die Heilung von unseren Herzen. Er nimmt unsere Sünde weg. Friede, echte, richtige Friede. Halleluja. Das ist das Evangelium. Das Evangelium geht um Joshua Mashiach. Wer Joshua Mashiach annimmt, wer an Joshua Mashiach glaubt, er wird gerettet. Halleluja. Das ist die frohe Botschaft. Diese Welt heutzutage sieht mal, was passiert. Die Inflation. Alles wird teuer. Das Leben wird immer wieder hart. Härter. Könnt ihr nicht sehen? Die Leute, die ihre Rettung auf Geld gesetzt haben, auf diese Welt gesetzt haben, die warten, 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 aber es wird nicht immer besser. Es wird nicht besser, es wird immer härter und härter. Aber Joshua Mashiach gibt uns ewiges Leben. Er rettet uns, er bringt uns das Heil. Das Evangelium. Das Evangelium, das ist es. Halleluja. Dass Joshua Mashiach für uns gestorben ist. Dass Joshua Mashiach unser Retter, unser Herr, unser Gott, unser Elohim ist. Halleluja. Halleluja. Das Evangelium. Das Evangelium predigt ewiges Leben. Die frohe Botschaft. Joshua Mashiach hat das auch gelehrt. Die jüngeren Joshua Mashiach haben das auch gelehrt. Und wir müssen das auch weiter verkündigen. Egal, was die Menschen sagen. Egal, wie die Menschen es verstehen oder ob jemand das akzeptiert oder nicht. Wir müssen die frohe Botschaft weiter verkündigen. Deswegen sage ich, ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht um das Evangelium. Nein, nein. Das Evangelium müssen wir weiter, weiter verkündigen. Was gut für mich ist, warum soll ich das nicht also weitergeben? Was mich heilt. Was mich rettet. Was schön für mich. Wieso soll ich das nicht weitergeben? Predigt. Predigt das Evangelium. Halleluja. Halleluja. Das ist doch was Paulus sagt in 2. Timotheus. Halleluja. Oh, danke Joshua Mashiach für dein Wort. Danke Joshua Mashiach. In 2. Timotheus Kapitel 4. Vers 1. Daher bezeuge ich dir endlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der lebendige und tote richten wird, um seine Erscheinung und seines reiches Willen. Das Evangelium sagt auch, dass es ein Gericht geben wird. Das Evangelium sagt auch, dass Joshua Mashiach die Toten richten wird. Halleluja. Und hier steht das in Vers 2. Verkündige das Wort. Tritt dafür ein. Es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadele, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Halleluja. Halleluja. Das ist also was das Wort uns sagt. Weiter predigen. Weiter das Wort predigen hat nicht nur mit Priester, mit Pastoren, mit Pfarrern, mit Bischöfen zu tun. Alle Christen sind berufen, das Wort zu predigen. Man muss nicht also in eine Schule gehen, Theologie studieren, um das Wort weiter zu predigen. Zu verkündigen. Warum muss man das tun? Warum? Weil die Bibel uns sagt, hier, also Vers 3, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Die Menschen, eine Zeit wird kommen und diese Zeit ist da, wo die Menschen die gesunde Lehre, das Evangelium, das wahre Evangelium nicht ertragen werden. Sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüstenlehre beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden, um sich den Legenden zu wenden. Die Wahrheit werden sie das also nicht mehr annehmen. Die werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden. Deswegen sagen wir hier, zurück zum Wort. Zurück zu Jeshua Maschia. Das wahre Evangelium, die Wahrheit, das müssen sie weiter predigen, weiter verkündigen. Halleluja. Ich schäme mich nicht, ich schäme mich nicht, das Evangelium, für das Evangelium. Nein. Nein. Die Menschen brauchen das. Die ganze Menschheit braucht das Evangelium. Die Wahrheit von Jeshua Maschia. Egal wo wir sind, egal wie die Zeit ist, die Menschheit braucht Jeshua Maschia. Also schäme dich nicht für das Evangelium. Schämen wir uns nicht für das Evangelium. Ich sage das immer hier, egal ob mein Deutsch schlecht oder keine Ahnung, die Leute können mich verstehen. Die Leute können mich verstehen. Ja. Ja. Tut Buße. Das ist das Evangelium. Tut Buße und kehrt um. Geht zu Jeshua Maschia. Halleluja. Halleluja. Dass Jeshua unser Herr und unser Gott, unser Elohim ist. Das ist das Evangelium. Ja. Die Menschen werden also ihre Ohren von der Wahrheit abwenden. Die suchen irgendwelche Pastoren, irgendwelche Prediger, die kommen und sagen, ja, gib so, gib so viel Geld und dann wirst du gerettet. Das Geld rettet niemand. Komm in unsere Gemeinde, in unser Kirchengebäude. Wenn du dort bist, ja, dort wirst du also der Herr, also fühlen und so, das rettet nicht. Jeshua Maschia will eine persönliche Beziehung mit dem Mensch. Persönliche Beziehung. Er will dein Herz retten, heilen. Er will dein Leben retten. Allein mit ihm. Das ist was, was Jeshua sagt. Halleluja. Aber was machen die Leute heutzutage? Predigen. Irgendwelches Wort. Falsches Evangelium. Sogar. Oh, meine Güte. Oh, Jeshua Maschia. Oh, Halleluja. In Galater Kapitel 1. Galater Kapitel 1. Oh, Jeshua. Steht da. Ich predige. Ich gebe euch also was, Jeshua. Also aus der Bibel. Nicht so meine eigene Sache. Nein. Hier steht also in Galater Kapitel 1, Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Oh, es gibt kein anderes. Kein anderes Evangelium. Aber da haben sich die Leute von der Wahrheit abgewendet. Die haben ein anderes Evangelium, ein falsches Evangelium bekommen. Vers 7. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. He? Verdrehen das Wort? Die verdrehen das Wort. Die zeigen nicht mehr Jeshua Maschia als Retter. Die kommen dazwischen. Die werden also zwischen Menschen. Und dann blödlich, die Leute legen nicht mehr ihre Hoffnung auf Jeshua Maschia, sondern auf diese Menschen, sondern auf diese Kirchengebäude, sondern auf diese kirchlichen Denominationen, sondern auf diese Menschen statt Jeshua Maschia. Ich sagte, die zentrale Person von Evangelium ist Jeshua. Ohne Jeshua Maschia gibt es keine Evangelium. Kein. Jeshua Maschia allein ist der Retter. Das ist, was er von uns verlangt, dass wir uns versöhnen. Das Evangelium ist die Versöhnung von den Menschen zum Schöpfer, also mit dem Schöpfer. Dass wir uns also mit Jeshua Maschia versöhnen. Unser Schöpfer, unser Retter. Das Evangelium macht die Tore, bricht die Ketten, die Ketten einfach von der Sünde, bricht es. Das Evangelium ist die Rettung des Heil, des Herrn. Halleluja. Ewiges Leben. Die freie Botschaft. Oh, Jeshua Maschia. Ah, Jeshua Maschia. Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Wir werden weiter die Wahrheit verbreiten. Ob die Leute es wollen oder nicht. Wir werden die Wahrheit. Jeshua Maschia sagen. Zurück zum Wort. Zurück zu Jeshua Maschia. Ob jemand es akzeptiert oder nicht. Wir wollen, wir beten, dass die Herzen sich, dass die Menschen Buße tun. Wir beten weiter für die Menschheit. Dass die Menschen das Evangelium, wahres Evangelium annehmen. Und sich nur an Jeshua Maschia binden. Wir sagen nicht, komm zu uns, komm zu mir. Wir werden also zusammen beten oder sowas. Nein, wir sagen, geh zu Jeshua Maschia. Er ist der Retter. Wir sind nicht die Retter. Nein, er, Jeshua Maschia, ist der Retter. Halleluja. Halleluja. Oh, Jeshua Maschia. Wir preisen deinen Namen. Wir preisen deinen Namen. Liebe Geschwister, liebe Geschwister, liebe Geschwister überall in Deutschland. Ich möchte uns also alle ermutigen, aufzustehen und das Evangelium weiter zu predigen. Wir wollen nicht also das Evangelium nur an Asiaten geben. Nur an, wie sagt man das, also nur an Deutsche, nur an Afrikaner, nur an Leute, die genauso sehen wie wir. Nein, das Evangelium ist für die ganzen Nationen. Halleluja. Wir leben in Deutschland. Wir in Deutschland sollen das Evangelium auch hier in Deutschland verbreiten. Nicht nur die Leute, die wir kennen. Nein. Verkündigen wir das Evangelium. Stehen wir einfach auf und verbreiten, dass Jeshua Maschia der einzige Retter ist. Halleluja. Nicht die NATO wird uns also retten. Nicht, keine Ahnung, nicht die Amerikaner, nicht Olaf Scholz, nicht irgendwelche Partei oder keine Ahnung. Nein. Der Retter ist Jeshua Maschia. Jeshua allein. Jeshua allein. Und deswegen sagen wir zurück zum Wort. Zurück zu Jeshua Maschia. Halleluja. Wir sind berufen, das Wort zu predigen. Und wenn wir es nicht tun, das ist ein Befehl. Ein Befehl. Halleluja. Ein Befehl. Ich zeige euch also etwas im 1. Korinther Kapitel. Oh, Jeshua Maschia. Halleluja. Halleluja. In 1. Korinther Kapitel 9. Kapitel 9. Halleluja. Oh, 1. Korinther Kapitel 9. Ab Vers. Ja genau, Ab Vers 16. Halleluja. Ich mache das noch größer. Halleluja. Vers 16. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich. Nein. Es ist kein Ruhm. Ich will mich nicht also irgendwie, äh, ja, sagen, ja, der Willen, der Bruder, so macht das, das, das und dass ich also Geld damit verdienen werde und sowas. Nein. Nein. So ist das kein Ruhm für mich. Denn ich bin dazu verpflichtet. Halleluja. Denn ich bin dazu verpflichtet. Und wehe mir, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Halleluja. Wir sind berufen, das Evangelium weiter zu verbreiten. Mein Bruder, meine Schwester. Du fühlst dich als, ach, ich habe keine Kraft, Joshua. Oh, ich bin so weit weg. Oh, ich bin in der Sünde gefallen. Oh, ich habe das. Oh, ich bin nicht mehr in dem Herrn. Oh, ich kann nicht mehr so von Joshua, Maschia erzählen. Tut einfach Buße. Und tut was, wofür wir Christen berufen sind. Wir sind berufen, das Wort zu predigen. Halleluja. Wir sind berufen, die Wahrheit zu verbreiten. Das ist unsere Berufung. Halleluja. Nicht damit wir Geld damit verdienen. Nicht damit wir Geld kriegen oder dass die Menschen uns irgendwie erheben. Nein. Das ist unsere Pflicht. Das Wort zu predigen. Das Wort zu verkündigen. Du denkst, ja, ich kann nicht reden. Jeremia hatte das auch gesagt. Ich kann nicht reden. Moses sagte auch, ich kann nicht reden. Du sagst, ja, ich mache so viele Fehler. Ich kann nicht, ja, meine Sprachkenntnisse sind bla bla bla. Oder ich kann nicht vor den Leuten reden. Verkündigt das Wort. Predigt das Wort. Gib es weiter. Fängt erst mal in deinem Leben. Wir sind, wir sind, wir sagen, wir sind Zeugnis. Also wir sind, wir müssen das Evangelium, wir sind ein Zeugnis des Evangeliums. Die Leute sollen auch durch unser Leben sehen, dass Joshua in uns lebt. Dass Joshua in unserem Leben ist. Halleluja. Aber wir sind auch verpflichtet, das Wort zu verbreiten. Hey, Joshua Maschia. Danke, mein Herr. Danke für dieses Wort heute. Danke für diese Ermutigung, Joshua Maschia. Halleluja. Danke, Herr. Ich preise deinen Namen, Joshua Maschia. Dass du uns also immer die Kraft gibst, aufzustehen, egal was passiert. Wenn wir Mut, wenn der Mut, also uns fehlt, du kommst und stört uns und gibst uns die Kraft, weiter für dich zu leben, Joshua. Ich danke, ich danke, mein Herr. Ich danke, Joshua Maschia. Steh auf, mein Bruder. Steh auf, meine Schwester. Und tun wir das Wort. Verbreiten wir das Wort. Leben wir für Joshua Maschia. Und verbreiten wir das Wort von Joshua Maschia. Und wir sagen, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Amen.